Hallo und herzlich willkommen zu den Quarantäne-Lifehacks des Tages. Und zwar haben wir heute was ganz Besonderes, weil die Sonne so schön scheint. Kann man sehen, jetzt muss ich das Handy ein bisschen so halten, dass man das auch sehen kann. Da kann man wunderbar Schleichtiere abpausen. Probiert das mal aus. Viel Spaß!